Die Berliner Künstlerin Christine Kolb bezeichnet sich selbst als Autodidaktin. Sie ist eine gegenständlich arbeitende Bildhauerin, Zeichnerin und Malerin, die sich in ihrem Werk vor allem mit den Themen Mensch und Tier beschäftigt. Neben den plastischen Arbeiten prägen Zeichnungen auf alten Büchern ihr Werk. In ihren eindrucksvollen und gleichzeitig einfühlsamen Tierdarstellungen arbeitet sie die Besonderheit und den Charakter jeder Tiergattung detailliert aus. Ihre Skulpturen zeichnen sich vor allem durch einen hohen Grad an handwerklicher Perfektion, Detailfreudigkeit und Dynamik aus. Ihr Falke ist Animalierkunst von höchstem Niveau. Mit einer eleganten und dynamischen Formsprache stellt sie den Raubvogel im Moment der Anspannung und mit scharfem, beobachtendem Blick dar. Diese hochwertige Skulptur aus Bronze ist im Wachsausschmelzverfahren gefertigt und anschließend von Hand patiniert und poliert. In einer limitierten Auflage von 99 Exemplaren ist sie exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. In einer limitierten Auflage von 99 Exemplaren ist sie in Wachsausschmelzverfahren gefertigt. In einer limitierten Auflage von 99 Exemplaren ist sie in Wachsausschmelzverfahren gefertigt. In einer limitierten Auflage von 99 Exemplaren ist sie in Wachsausschmelzverfahren gefertigt. In einer limitierten Auflage von 99 Exemplaren ist sie in Wachsausschmelzverfahren gefertigt. Vielen Dank.